Wir können eine Widerstandsfähigkeit trainieren. Wir können Resilienz entwickeln. Bitte stell dir mal etwas wirklich Schlimmes vor, das dir passieren könnte. Und vielleicht willst du wissen, wie du auch damit fertig werden kannst. Du hast dir doch wirklich etwas Schlimmes ausgedacht. Das ist wichtig, damit du siehst, wie diese Strategie, die wir jetzt gleich besprechen, wirklich funktioniert. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Vielleicht denkst du bei der Übung, die wir gerade angesprochen haben, an eine schlimme Krankheit oder auch an einen Verlust. Die meisten Menschen gehen durchs Leben und denken, sie können nur glücklich sein, solange solche Dinge nicht passieren. Wir müssen aber verstehen, dass sie passieren und dass wir uns darauf vorbereiten können. Wir können eine Widerstandsfähigkeit trainieren. Wir können Resilienz entwickeln. Und Wissenschaftler messen diese Resilienz und sie sehen, dass manche Menschen auf einer Skala so von 1 bis 100, 100 sehr, sehr, sehr resilient, 1 fast gar nicht, dass manche Menschen unfassbar resilient sind. Also ganz gleich, was diesen Menschen passiert, die können weiterleben. Die können trotzdem ihre beste Leistung erbringen, weiterhin. Sie können sogar glücklich sein, glücklich weiterleben. Und andere Menschen, die vielleicht nur auf dieser Skala eine Resilienz von 6 oder 7 haben, die knicken bei Kleinigkeiten ein. Vielleicht kennst du solche Menschen. Da reicht schon ein verregneter Tag, obwohl sie eigentlich fest Sonnenschein eingeplant haben. Oder ein Schnupfen und schon sind die völlig am Ende. Hier sind drei Möglichkeiten, wie du mit wirklich unangenehmen Dingen umgehen kannst. Achte auf meine Wortwahl. Ich habe nicht gesagt, wie du mit furchtbaren Dingen umgehen kannst, sondern mit unangenehmen Dingen. Das heißt, schon durch meine Wortwahl nehme ich das Drama aus der Situation heraus. Und noch einmal, damit dieses Video für dich wirklich praktisch ist, stell dir bitte vor, was in deinem Leben passieren könnte, das echt schwer für dich wäre. Wirklich schwer damit umzugehen. Hast du was? Okay. Dann lass uns jetzt darüber nachdenken, wie du trotzdem wie ein Flummi, ein Titschball aus dieser Situation herausspringst. Die erste Strategie heißt ganz einfach, Shit happens. Mist passiert. Resiliente Menschen wissen das und akzeptieren das. Sie fragen dann nicht, warum ich, sondern sie stellen eine sehr viel intelligentere Frage und die heißt, warum nicht auch ich? Gehört ja zum Leben dazu. Wenn du akzeptierst, dass Mist nun einmal passiert, dann kannst du dir überlegen, wie du diesen Mist nutzen kannst. Du kannst dir zwei ganz einfache Fragen stellen. Erstens, warum ist dieser Mist ein Segen? Wofür ist er gut? Wofür ist das gut, was ich gerade erlebt habe? Oder noch stärker, wie kann das geradezu zu einem Segen für mich werden? Als ich mit 26 Jahren pleite war, da war das für mich wirklich schlimm. Es ging mir echt nicht gut. Es war so schlimm, dass ich Magengeschwüre bekommen habe. Wofür war das gut? Wofür ist ein Magengeschwür ein Segen? Weil ich die vielen Menschen verstehe, die mit Geld nicht zurechtkommen. Weil ich es selber erlebt habe. Und weil ich ergründet habe, woran das liegt. Und weil ich diesen Menschen helfen kann. Aber das Wichtigste ist, sie fühlen sich verstanden, weil sie wissen, ich habe erlebt, was sie erlebt haben. Also frage dich, wofür ist das gut? Oder noch stärker, wofür ist es ein Segen? Das verändert deinen Fokus vollkommen. Die zweite Frage. Die erste Strategie heißt also, akzeptiere, dass Shit happens. Shit happens. Und frage dich, wofür ist das ein Segen? Und die zweite Frage, wie kann ich für andere ein Segen sein? Die zweite Strategie lautet, fokussiere dich auf, ich kann das, statt auf, ich kann das nicht. Wenn wir etwas Dramatisches erleben, dann neigen wir dazu, uns auf die Dinge zu fokussieren, die wir nicht können. Die wir jetzt nicht können. Die uns jetzt unmöglich sind. Zum Beispiel zu lachen und glücklich zu sein. Die meisten Menschen sind unglücklich, weil sie entscheiden, dass sie aufgrund einer Situation jetzt nicht glücklich sein können. Jetzt nicht lachend sein können. Unser Gehirn ist aber so aufgebaut. Und es war in der Evolution auch gut. Und wir nehmen Negatives sehr viel schneller wahr und wir behalten es auch länger. Aber beides können wir durch ein bewusstes Mentaltraining verändern. Wenn wir uns sagen, wenn ich so weiterdenke, dann wähle ich den Tod. Ich will aber das Leben wählen. Okay, das ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber Professor Seligmann nennt das Benefit Search. Wir können uns trainieren zu denken, ich kann das. Ganz einfach, indem wir drei Beispiele finden, für die wir drei Dinge finden, für die wir gerade dankbar sind. Psychologen nennen das Hunt the Good Stuff. Jage das Gute. Finde es. Wenn du mehrere gute Dinge entdeckst, dann traust du dir viel eher etwas zu. Du traust dir viel eher zu, zu sagen, ich kann das. Du denkst dann wirklich so. Du kannst dann etwas Gutes finden an dem, was gerade passiert. Und du kannst ein Segen für andere sein. Das, was wir im ersten Punkt besprochen haben. Die dritte Strategie. Frage dich bei dem, was du gerade tust oder wie du gerade damit umgehst. Hilft das oder verschlimmert das meine Emotionen? Wissenschaftler haben Mütter gefragt, deren Kinder von einem betrunkenen Autofahrer getötet wurden. Hilft es dir, diesen Fahrer zu treffen? Also stell dir mal vor, du hast ein Kind, wird überfahren von einem Betrunkenen. Hilft es dir jetzt, diesen Fahrer zu treffen? Den kennenzulernen? Den Mensch, der dein Kind getötet hat? Und die Antwort war in jedem Fall nein. Also haben Psychologen geraten, trifft diesen Menschen nicht. Auch nicht vor Gericht. Denn dann kannst du viel schneller diesen unfassbaren Verlust loslassen. Also frage ich, Helping, helfen oder Harming? Verschlimmert es. Hilft es oder verschlimmert es? Du kannst diese Bewertung auch für ganz triviale Dinge vornehmen. Angenommen, du bist gerade todtraurig. Ein Freund ruft dich an und sagt, lass uns zusammen tanzen gehen. Frag dich dann nicht, kann ich das? Bin ich dazu in der Lage? Kann ich solche Fröhlichkeit überhaupt ertragen? Sondern frag dich einfach, hilft mir das jetzt oder verletzt mich das jetzt? Und wenn es dir hilft, dann tue es. Denn alles, was du wirklich tust, um dir selber zu helfen, bringt dich zurück in die Kontrolle. Du sitzt dann gewissermaßen wieder im Fahrersitz und kannst dein Leben selber steuern. Wenn du nicht im Fahrersitz sitzt, dann regieren dich die Emotionen, die dich schwächer und hilfloser machen. Diese drei einfachen Tools können wir immer benutzen. Es ist keine Magie. Aber es ist etwas anderes. Es ist Training. Es ist natürlich schwer, wenn wir so etwas überhaupt niemals trainiert haben und dann in einer schlimmsten denkbaren Situation sind und es zum ersten Mal ausprobieren wollen. Darum trainiere es jetzt, wenn du es eigentlich noch nicht brauchst. Trainiere die einfachen Dinge. Denn mach dir klar, shit happens. Warum sollte es nicht auch dir passieren oder mir? Wie kann das ein Segen für mich sein? Und wie kann ich jetzt ein Segen für andere sein? Finde drei Dinge, die gut sind. Und dann hast du schneller das Gefühl entwickelt, ich kann das. Und frage dich ganz einfach, hilft es oder verletzt es? Wenn es hilft, dann tu es. Wenn du einmal das Gefühl hast, das ist jetzt alles zu viel und die drei Strategien, die helfen mir auch nicht, dann bitte ich dich trotzdem, probiere es aus. Du wirst dich wundern. Weißt du, was die größte Fähigkeit resilienter Menschen ist? Sie nutzen Schicksalsschläge und alle möglichen Unannehmlichkeiten für ihre Comeback-Story. Du kennst ja eine Comeback-Story. Jemand geht es gut, da passiert etwas Schreckliches, die Person fällt in ein Loch, aber dann kommt sie zurück aus dem Loch heraus. Resiliente Menschen aber tun noch mehr. Sie kommen nicht nur zurück, nicht nur aus dem Loch heraus, they come back stronger. Sie kommen stärker zurück. Und dazu verhilft ihnen eine ganz einfache Frage. Und die ist magisch, vielleicht schreibst du sie dir auf, wenn du das nächste Mal irgendetwas Fieses erlebst. Wie kann jetzt meine beste Zeit entstehen? Wie kann jetzt meine beste Zeit entstehen? Wenn du es gelernt hast, dich, wenn dir etwas Fieses passiert, das reflexartig zu fragen, dann bist du sehr weit in der Meisterschaft des Lebens. Wie kann jetzt meine beste Zeit entstehen? Als Corona meine Branche sehr gebeutelt hat, da haben sich meine Firma und ich darauf fokussiert, uns genau diese Frage zu stellen. Wir konnten ja als Redner nicht reden, wir konnten unsere Live-Seminare nicht durchführen, wir hatten die Hallen gemietet, die Leute waren angemeldet, wir mussten unsere Mitarbeiter bezahlen, wir bekamen aber kein Geld mehr. Was machst du dann? Wir haben uns gefragt, wie kann das, was gerade passiert, für unsere Firma ein Segen sein? Und zweitens, wie können wir jetzt noch mehr ein Segen für andere sein? Und drittens, wie kann jetzt meine beste Zeit entstehen als Firma und als Individuum? Indem wir unseren Fokus immer wieder durch diese Fragen klar gelenkt haben, in eine Richtung, die uns stärker macht, die uns stärker das Gefühl gibt, ich kann das, haben wir unser Business-Ergebnis innerhalb der Krise um 70% steigern können. Umsatz und auch Rendite. Ist es nicht unfassbar, was einfache Strategien bewirken? Ich würde mich sehr freuen, wenn du das ausprobierst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Da bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.